Ich bin ja mal gespannt, ob ich am Donnerstag tatsächlich dann vielleicht mal schaffe, Cyberpunk quasi zu beenden? Natürlich. Nein. Aber es wird wahrscheinlich noch ein Haufen Main-Quest kommen. Ein Haufen würde ich nicht sagen, aber es werden noch ein paar Neben-Missionen freigeschaltet. Das macht natürlich dann wieder Sinn. Wo ich mich aber auf jeden Fall drauf freue, ist dann am Montag Deliver's Mars. Wo freust ich am Montag drauf? Deliver's Mars. Und selbstverständlich am Freitag dann Star Wars. Hm? Noch mal Star Wars? Nächste Woche? Ja, jetzt Freitag. Also nächste Woche Freitag, gucken wir mal auf. Das machen wir dann ja am frühesten Freitag aus. Hätte ja sein können, dass mir was gegangen ist. Nee, ähm, für Star Wars habe ich tatsächlich nur die jeweils, ähm, nächste Session. Wenn überhaupt. So, weiß ich wann. Weil wir das immer relativ spontan ausmachen, beziehungsweise halt, äh, besprechen, wenn die eine durch ist. Und da die nächste erst ist, haben wir es noch nicht besprochen, weil die danach ist. Ja, zumindest habe ich das Gefühl, ich habe das Schaffe es tatsächlich, Cyberpunk Rage zu spielen, bevor der DLC raus ist. Was mich schon fast ein wenig wundert. Was mich schon fast ein wenig wundert. Ja, sprengelt das Gold in die Luft, hast schon recht. Das arme Gold hat ja gar nichts getan. Ich komme gleich. Oh, hier kommen wir mal. Nee. Hier kommen wir nicht. Oh, ich sage mal hier. Ach, jetzt könnte ich fliegen. Warte, der hier. Dann, okay, das ist cool. Irgendwann kommt sie nämlich mal zu mir und dann... Top, 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 setz dich hin. Bitte was, hier war es gerade laut. Molly ist frei. Kannst du das Knighthorn noch nehmen? Vorsicht hinter dir. Jo. Weiter aufgesammelt. Und Buck explodet. Das ist für Carl. Das ist für D-Fakt. D-Fakt. Oh Gott. Ich weiß es nicht, wie ich einen Exploder bin. Hallo, Oli, bleibst du hier? Komm, ich will hier hoch, ich will dem Otter helfen. Hilf dir erstmal selbst. Ohja, ich seh grad da... So, dann suche ich jetzt mal den Herrn Otter. Ja, ich freue mich schon mal von dem Oppressor frei. Wir haben den Oppressor! Gut, warten wir noch, bis er fertig gepupst hat. Ja. Sag mal, komm mal, komm mal, kommst du deine Fans weg. Schon sind da neue Fans. Könnte mal einer von euch Molly holen? Nein. So, jetzt kann ich. So, das Stück da gehört zum Otter, das kann ich reviven. Puh. Du stirbst aber auch nicht an einfachen Stellen. Okay. Irgendwieso? Ich war doch einfach gerade im Weg, da auf dem Weg. Ja, ja, aber du hattest viele Freunde dabei. Ja. Beziehungsweise die haben sich noch vermehrt, während sie da Freunde hatten. Da war eine Party? Mhm. Oh ja. Eine Vermehrungsparty. Doch, doch, aber du hast die Einladung halt nicht beantwortet. Und jetzt lese ich gerade wieder, wir müssen ja doch die Dreadlords killen. Ja. Ja, das wird. die werde gerade auf quasi schon gereicht gehabt das leuchtende hier vor mir ich bin geheilt das leuchten ist für dich da drüben ist doch was direkt auf dem boden und hier ist eine schöne plattform das heißt hier darf ich alleine sein ja oder wir gehen weil es macht keinen sinn wenn ich auf einer plattform bin wo alle sind wer löst aus wir können auch verleihen na ja okay du kriegst da oben aber Besuch ich hab's gesehen ich meine verdammte zielt trotzdem nur als einer ich geh mal zum nächsten ich gehe links up ich gehe links up Ja, da ist er. Ja, was könnte sich da passieren? Also, wenn du mich so fragst. Absolut, gar nichts. Noch ein paar Molsters. Oh, hier müssen wir dann lang. Wo haben wir denn die Rotterloch? Auf Geheimer Mission. Ach nee. Molly hat Minerale und wir schreien Bugs in mine. Dwarf-Leute in einer Nutzung. Der Rottergeist müsst du also noch. Dafür bin ich doch jetzt extra hierher gekommen und habe euch abgeholt. Ich habe den langweiligsten Gang gefunden in diesem Spiel jemals gehabt. Ja, dann GG. Und er endet in einer Sack. Wer hätte das erwartet? Ja, also wir warten hier bei Prokorn. Ja, ja, ich bin gleich wieder. Ja, ich bin da. Der Platz ist ein wenig begrenzt, aber im Zweifel können wir nach unten ausweichen. Fuck! Vielleicht nach oben aus. Bin nach unten ausgewichen, brauche Hilfe. Ich bin... Nein! Wie viel? Ja, immerhin, du hast es überlebt. Ja, ich habe ja auch verminderten Fallschaden. Ja, ich nicht. Also ich mache dann Dinge von hier unten, glaube ich. Ich habe eine Alternative. Du willst du diese Dinge von hier unten machen? Ja, ja. Dann schieß. Moment. Ich habe eine Position ein bisschen weiter oben gefunden. Bitte sehr. Paul. Willst du noch? oder freunde mitgebracht drei haben wir platt und molly und wabi ist bei uns her gut dann muss ich jetzt nur noch durchkommen ich schaue ob ich und pflanzen ähm das sind wir nicht immer nach oben Von hier unten kannst du zumindest auf unsere Position sein. Ach, er kommt. Ja, und hier ist dann auch tatsächlich ein Gelder. Aber der sieht gut aus.